Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit, letzter Schluss. Dieses Mal geht es um Schwuppdiwupp und schon ist es weg. Bildretusche mit KI, also nicht bloß Dinge entfernen, sondern auch was Neues dazu erfinden. Und das Ganze mit einer Oberfläche, die ich entdeckt habe, die verschiedene neuronale Netze beziehungsweise natürlich künstliche neuronale Netzwerke einspannt, um Bildteile zu verändern, zu entfernen, neue hinzu zu generieren und sowas. Und das schauen wir uns mal an. Bevor wir jetzt zum eigentlichen Thema kommen, noch so ein kleiner Einwurf dabei. Das Bild, was ich am Anfang gemacht habe, da haben wir einmal den Pinguin mit allem drum und dran, mit dem Herzchen und dem Flügel. Das ist ein Bild. Und dann habe ich das Ganze einmal retuschiert über IO-Paint, so heißt das Programm, was ich gleich zeigen werde. Und dann hatte ich hinterher zwei Bilder und die habe ich animiert, wie man genau auf der Seite auch sieht. Und das Ganze ist diesmal keine GIF-Animation, sondern eine WebP-Animation. WebP ist ein Format, sowas eher Richtung JPEG, speichert, verlustbehaftet, hat Alpha-Kanal, hat sehr großen Farbumfang und was weiß ich alles. Also es ist GIF deutlich überlegen und komprimiert auch viel besser. Und man kann da drin auch Animationen hinterlegen. Und das Ganze kann man denn so machen mit Convert aus dem Image-Magic-Paket. Und dann hat man hinterher so eine Animation. Geht natürlich auch mit mehr als bloß zwei Bildern. Ja, also falls euch das interessiert, probiert das gerne auch mal aus. Kommen wir zum eigentlichen Thema. Es geht heute um IO-Paint. Das Ganze ist eine Web-Oberfläche für KI-Bildbearbeitung. In diese Oberfläche oder in das IO-Paint können verschiedene Modelle eingebaut werden. Beziehungsweise man kann die darunter laden und dann kann man die nutzen. Und damit kann man verschiedene Bildretusche-Funktionen wahrnehmen. Unter anderem man kann Bildteile entfernen. Also Dinge löschen, die einem nicht gefallen. Man kann In-Painting machen. Also man kann vorhandene Bildteile durch neue Bildteile ersetzen. Also man könnte jetzt dem Einhorn hier ein Pinguin auf den Rücken setzen. Denke ich mal, dass das geht. Wie das Ergebnis ist, kommt natürlich drauf an, ob das gut klappt oder nicht. Und dann gibt es auch noch Out-Painting, mit dem man Bildteile, um das schon vorhandene Bildmaterial, dazu erfinden lassen kann. Also wenn einem das Bild zu klein ist und man gerne an der Breite oder in der Höhe noch ein bisschen was dazu haben möchte, um sich das an die Wand zu hängen, dann kann man Out-Painting verwenden. Und so ein künstliches neuronales Netzwerk, das denkt sich irgendwas aus, wahrscheinlich mehr oder weniger gut. Ja, das Ganze könnt ihr nochmal nachgucken auf iopaint.com. Ist freie Software, sonst wird das ja auch so nicht zeigen. Und es gibt Plugins dafür, die sind dort nochmal beschrieben, was die alles können und machen und tun. Und dann gibt es auch noch irgendwie zusätzliche Modelle. Ja, also heute gibt es von mir so einen kurzen Überblick, ein paar Sachen, die ich schon ausprobiert habe und auch Dinge, die ich noch nicht ausprobiert habe. Also von daher weiß ich nicht, wie gut das Ganze klappt. Aber wir werden das zusammen mal entdecken. Die Installation von iopaint ist zum Glück relativ unspektakulär. Ja, also ich habe da schon deutlich Schwierigeres in dem KI-Bereich gesehen, wo man lange dran rumprobieren musste. Und meistens habe ich dann auch eine Folge dazu gemacht, um euch das zu zeigen und so ein bisschen die Arbeit abzunehmen, das selbst rauszufinden. Das Ganze lässt sich installieren über den Python-Paketmanager, der da heißt, wo steht er denn? PIP. Genau, über den kann man installieren. Und je nachdem, ob ihr jetzt eine Nvidia-Karte habt oder eine AMD-Karte habt, um die Berechnung zu beschleunigen, das ist ein großer Vorteil. Damit das einfach deutlich schneller geht, müsst ihr noch verschiedene Teile installieren. Wenn ihr jetzt keine unterstützte Grafikkarte haben solltet, geht das Ganze auch auf der CPU, aber die ist üblicherweise deutlich langsamer als eine Grafikkarte. Ja, üblicherweise. Es gibt bestimmt auch irgendwelche tollen Server-CPUs oder sonst irgendwas, die denn doch schneller sind als eine ältere Grafikkarte. Aber insgesamt ist es eher so, dass eine Grafikkarte deutlich schneller ist als die CPU, die ihr verbaut habt. Ich mache das Ganze immer so bei diesen Python-Projekten, die mögen sich untereinander nicht unbedingt immer. Die möchten gerne eine andere Bibliothek, eine andere Version. Von daher nehme ich immer ein eigenes Verzeichnis, ein Projektverzeichnis, was ich anlege. Und da drin mache ich eine virtuelle Umgebung. Das ist wie so ein kleiner Container. Naja, es ist kein wirklicher Container, aber sowas ähnliches, was das so ein bisschen abkapselt vom Rest vom System. Und da drin kann man denn Module installieren, Pakete installieren über diesen PIP-Paketmanager, ohne dass sich das Ganze mit anderen Programmen, die Python verwenden, ins Gehege kommt. Was leider sehr häufig der Fall ist. Dann haben wir hier den Teil für NVIDIA. Und wie man da sieht, das möchte exakt diese Versionsnummer von Torch Vision haben. Und von dem Torch möchte es genau die Version haben. Und wenn ihr jetzt ein anderes Projekt habt, was abweichende Versionsnummern haben sollte, dann beißt sich das und dann geht vielleicht gar nichts mehr. Also von daher mit dieser Python-virtuellen Umgebung ist immer eine ganz gute Sache. Auch wenn es sehr viel Platz auf der SSD oder Festplatte in Anspruch nimmt, weil man denn x-mal dasselbe hat mit ein paar Abwandlungen nebeneinander. Und diese Sachen sind auch wirklich relativ groß. Nachdem wir uns für eine von diesen Varianten hier entschieden haben, oder wenn es auf der CPU nur laufen soll, dann lasst ihr das hier weg. Und dann wird IOPaint über PIP3 install IOPaint installiert. Die Abhängigkeiten kommen mit dazu. Und das sollte es auch schon gewesen sein. Beziehungsweise wir haben jetzt die Software als solches installiert, aber wir haben jetzt noch keine Modelle. Das gibt hinterher in dieser virtuellen Umgebung ein Programm, was IOPaint heißt. Und ja, dann müssen wir noch Modelle runterladen. Und wenn wir jetzt alle mitnehmen, haben wir nochmal 21 GB zusätzlich auf der Platte. Das ist gar nicht so wenig. Man kann diese Modelle einzeln sich angucken, was die überhaupt machen. Also in dem Link hier zu den Modellen und Plugins, da findet ihr drin, was die Dinger machen und ob euch das gefällt vom Funktionsumfang her. Oder ob ihr es vielleicht weglassen wollt. Also ihr könnt das frei zusammenstellen, wie ihr es machen wollt. Aber ich habe das jetzt in meinem kleinen Skript hier so gemacht, dass wirklich alle Modelle, die dort aufgelistet sind, auch wirklich runtergeladen werden. Das sind die hier. Und ich mache es auch so, dass die Modelle nicht in meinem Home-Verzeichnis abgelegt werden, wie es eigentlich standardmäßig gedacht ist. Das wird dann unter meinem Home-Verzeichnis .cage-torch unter Verzeichnisse blafasel abgelegt. Und wenn ihr jetzt das Home-Verzeichnis irgendwo anders habt, wo ihr nicht so viel Platz habt, dann ist das ein Problem. Und ich hätte es auch gerne so, dass diese Modelle im selben Unterverzeichnis zu dem IOPaint sind, sodass das so eine Einheit ist. Dann kann ich das Ganze auch wegsichern und irgendwann wieder herstellen, wenn ich das nochmal benutzen möchte. Also von daher habe ich das lieber gerne zusammen, als dass die Modelle in meinem Home-Verzeichnis rumwuseln. Ja, unabhängig davon, ob ihr das jetzt im Home-Verzeichnis haben möchtet oder nicht, das Runterladen von den Modellen, das funktioniert über so eine Vorschleife. Bei jedem Durchgang wird in der Variablen Model einer von diesen Namen hier gespeichert. Das sind diese Modellnamen, die können auch ein bisschen länger sein. Und dann wird IOPaint angeschmissen mit dem zusätzlichen Kommando Download und mit minus minus modeldir gleich Models, das ist die jetzt Verzeichnis, was ich hier neu angelegt habe, wird in das Verzeichnis denn runtergeladen. Wenn das weg ist, dieser zusätzliche Parameter, dann wird das unter dem hier in irgendeinem Unterverzeichnis abgelegt und mit minus minus model gleich Variablen Name von dem Modell, also das wird dann jedes Mal durch einen Modellnamen ersetzt. Beim Durchlauf wird das denn runtergeladen. Ja, und wenn ihr das jetzt so macht wie ich, mit allen Modellen hier, dann habt ihr hinterher 21 GB Modelle auf der Platte. Jetzt haben wir die Software als solches und die Modelle runtergeladen. Jetzt wollen wir das Ganze natürlich noch starten. Das sieht je nachdem, welche Hardware ihr habt, wieder ein bisschen unterschiedlich aus. Es unterscheidet sich eigentlich bloß in dem Parameter Device gleich CUDA für NVIDIA, MPS für AMD. Nehme ich an, dass es das ist, das ist eigentlich der einzige Parameter, der noch übrig ist, obwohl dort nicht explizit beschrieben ist, dass es für AMD Grafikkarten ist. Und dann gibt es hier noch CPU, wenn ihr die Berechnung auf der CPU laufen lassen möchtet. Der Rest bleibt gleich, also Models könnt ihr angeben oder auch nicht, wenn ihr es in dem Modelsverzeichnis abspeichern möchtet, die Modelle. Und der Port am Ende, der sagt, auf welchem Port der Web-Server laufen soll, über den ihr denn drauf zugreift. Also das läuft auf Localhost, direkt auf eurer Maschine, das telefoniert nicht nach draußen. Und dann könnt ihr mit einem Web-Browser darauf zugreifen und mit dem Parameter Start sagt ihr IOPaint, jetzt starte dich, fahre das Modell hoch, mache einen Web-Server auf, sodass ich mich damit verbinden kann. Ich habe das Ganze ja gerne so ein bisschen einfacher, von daher lege ich mir noch einen Start-Skript an, was ich einfach Start nenne. Und da ist einmal dieses Shebang-Zeug drin, damit das Skript auch mit Bash interpretiert wird. Dann wird die virtuelle Python-Umgebung aktiviert, damit auch die ganzen Module, Bibliotheken, die ich in dieser Umgebung installiert habe, auch wirklich aktiv sind, genutzt werden können und damit auch das IOPaint-Kommando auch zur Verfügung steht. Und dann kommt diese Zeile hier, die ihr natürlich dann auch anpassen müsst, ob ihr was anderes habt, das irgendwie anders konfiguriert habt. Und dann wird das über meinen Skript-Vorschlag hier in die Datei startgeschrieben und hinterher ausführbar gemacht. Und wenn ihr noch mehr Optionen haben möchtet, dann könnt ihr das hier machen. Ja, genau. Da gibt es noch eine Übersicht. Es gibt noch deutlich mehr dafür. Starten könnt ihr das Ganze natürlich über das Start-Skript, was ja Start heißt, in dem Verzeichnis, wo IOPaint drin ist, also und dann Punkt, Schrägstrich, Start, Enter und dann fährt das Ganze hoffentlich hoch. Und wenn das alles funktioniert, dann habt ihr diesen Port 8080 offen, im Webbrowser diese URL hier öffnen, 127.001. Das ist Localhost und dann habt ihr die Oberfläche. Wenn ich das jetzt im Webbrowser geöffnet habe, dann sieht das so aus. Erstmal sehr unspektakulär. Hier oben steht Localhost 8080 drin. Und die erste offensichtliche Möglichkeit, die ich habe, ist hier drauf zu klicken oder ein Bild hinzuziehen, um das zu öffnen. Ich habe hier verschiedene Bilder mal vorbereitet. Die habe ich alle generiert mit KI, mit Stability Fusion für verschiedene Zwecke. und die sind Teil von einem Satz von Bildern, die ich aussortiert habe. Also aus diesem Satz hier mit so einem Pinguin, der dort ausrutscht oder so, habe ich ein anderes benutzt, weil ich was anderes damit vorhatte. Also das gefiel mir hier nicht. Aber ich fand es dennoch gut genug, um das aufzuheben. Also zweimal ausrutschen, der Pinguin. Ein brennendes Labor, was ich für ein zukünftiges Projekt wahrscheinlich vorhabe. Da habe ich mir was überlegt, vielleicht eine kleine Serie. Dann eine Glaskugel von unserem Jahresrückblick bei dem Tux Flash, wo wir in die Glaskugel geschaut haben. Das Bild fand ich auch wiederum gut genug, aber das habe ich auch nicht verwendet fürs Vorschau-Bild. Dann haben wir hier ein Hotelzimmer, auch generiert. Ein Labor, nochmal ein anderes Labor, einen Fernseher in Retro-Optik und zwei Vögel. Aber wie gesagt, alles generiert keine Fotos. Ich fange mal an mit dem Hotelzimmer hier. Das sieht dann so aus. Und jetzt habe ich hier diesen gelben Kreis. Damit kann ich Bereiche markieren. Den kann ich größer und kleiner machen, je nachdem, wie ich das gerne haben möchte. Mit dem Mausrad kann ich rein zoomen. Also das geht immer an die Position, wo der gelbe Kreis gerade ist. Und ich kann das auch wieder auf Normalgröße bringen mit dem hier. Das ist so das Grundlegende, was ich machen kann. Dann habe ich hier bei dem Zahnradmenü die Möglichkeit, mir ein Modell auszusuchen. Alle, die hier jetzt drin sind, das sind welche, um Inhalte wegzuschmeißen. Dann gibt es hier nochmal andere Modelle, wo man Dinge reingenerieren kann. Dann gibt es ja nochmal InPaint über Stable Diffusion und nochmal was. Dann muss man irgendwie noch was dazu installieren. Vielleicht Stable Diffusion einbinden. Also von daher, die Modelle, die wir runtergeladen haben, sind dort und dort. Und die Slama-Modul, das ist dafür da, um ungewünschte Bildteile zu entfernen. Ich lasse das jetzt einfach mal. Wenn ich jetzt diesen zweiten Kronleuchte hier loswerden möchte, dann klicken und so grob einmal umfahren. Und mal kurz warten. Und dann ist er weg. Also bis auf diese Lichtstrahlen, die da oben an der Decke noch dran sind, ist er auch wirklich weg. Mal gucken, ob ich die jetzt auch noch da wegkriege. So und... Ne. Ja, also das klappt mal so, mal so. Und wenn ich jetzt vielleicht noch den Tisch hier unten... So, 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 so... Einmal in Tischen, bitte. Und... Naja, also... Es bleibt noch so ein Schatten nach. Also das funktioniert... Also wenn man, sagen wir mal so, wenn man es jetzt nicht wüsste, dass da was steht, dann könnte man denken, naja gut, da ist jetzt ein Schmutzfleck im Teppich. Oder hier so. Also das fällt erst mal nicht so auf, würde ich sagen. Oder mal gucken. Da dieses Licht, was da hoch geht. Ja, also... Oder mal gucken. Das Kissen. Ist gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Also natürlich nicht perfekt, aber... Ja, also... Vor und zurück. Damit kann ich Dinge wieder... Ähm... Wieder... Zurück... Äh... Bauen. Also dass sie wieder da sind, wenn ich sie retuschiert habe. Und... Äh... Ja, damit kann ich in meiner... Historie vor und zurückspringen, wie ich Dinge verändert habe. Und was haben wir hier? Da haben wir... Achso. Äh... Äh... Achso. Festhalten. Achso, kann ich jetzt ziehen? Ne. Also damit kann ich... Na? Okay, man... Man muss draufklicken und festhalten. Also vorher und nachher. Das war hier auch nicht schlecht. Fupp. Und hinterher kann ich das Ganze natürlich wieder abspeichern. Da draufklicken. Und irgendwo ablegen. Dann, ähm... Gucken wir mal, was es noch so gibt. Mal gucken, was habe ich denn noch hier. Also es sagt erstmal alle unterstützten Typen. Ist aber nicht hundertprozentig richtig. Denn wenn ich jetzt sage, alle Dateien, dann kann ich auch WebP laden. Das geht nämlich auch. Und wenn ich jetzt mir mal so ein anderes Netz hier aussuche. LDM vielleicht. Keine Ahnung, was das genau macht. Schauen wir mal hin. Und markieren. Loslassen. Dauert jedenfalls schon mal deutlich länger. Und, ähm... Ja, vielleicht hört ihr es. Also der Lüfter bei dem anderen Gerät springt auch an. Mhm. Ja. Also hier... Also man sieht schon so leicht diesen Rand, wo ich was entfernt habe. Dann kann ich hier auch noch verschiedene Sampler-Steps, also wie viele Iterationen das Ganze machen darf, damit das denn auch richtig berechnet ist. Ich probiere mal mit deutlich weniger. Mal gucken, was da rauskommt. Ja, okay. Also es ist schneller und eine andere Methode. Also damit kann man Dinge entfernen. Wie mit dem anderen auch. Und wenn ich jetzt noch mal zurückgehe auf Lama und quasi versuche, dasselbe noch mal zu tun. So, also wiederum dieses Ding hier nehmen. Mal umfahren. Und die Mitte natürlich nicht vergessen. Und... Also ich würde sagen, das ist besser. Also es ist zwar weiterhin so eine kleine Farbverschiebung. Also der Teil hier ist irgendwie so ein bisschen häller als der Rest von der Tischplatte. Aber diese etwas härteren Kanten, wo ich dran langgefahren bin, die gibt es so nicht. Also Lama ist da schon besser im Gegensatz zu dem anderen. So, dann haben wir natürlich noch mehr. Zitz! Probieren wir es auch nochmal. Hupp, 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 hupp. Und schwupp, schon ist es weg. Also das finde ich jetzt schon ziemlich gut. Also gefällt mir von den dreien jetzt eigentlich am besten. Mal gucken, was jetzt hier draus wird. Mit dem Schatten da, was da passiert. Okay, gut. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel Schatten und hier schmiert es. Hm. Aber vielleicht habe ich auch nicht genug genommen. Also man soll nicht direkt an den Kanten längs, sondern auch so ein bisschen überlappen das Ganze machen. Und der Rest funktioniert denn über KI-Magie. So, jetzt ist es auch sauberer weg. Aber der Schatten, das ist schon ein Problem. Aber, ja, hm. Aber ich finde es trotzdem nicht schlecht. Probieren wir mal was Komplizierteres. Wenn ich jetzt hier diesen Baum loswerden möchte. Der ist ja so ein bisschen fizzeliger mit den ganzen einzelnen Blättern. Mal gucken. Oh. Also da haben wir wieder so einen kleinen Schatten drumherum. Und das ist nicht mitgekommen. Und jetzt ist es weg. Also fast weg. Also man kann wirklich diese Spur von meinem Radierwerkzeug dort sehen. Aber, ja, ja. Also schon beeindruckend, dass das so funktioniert. Denn der Vorteil in solchen Sachen, dass man hinterher nochmal gezielt Objekte rausnehmen kann, ist ja bei diesen generierten Bildern. Das ist zwar auch alles deutlich besser geworden. Aber das Problem war, dass Objekte in einer Anzahl generiert wurden, die man vielleicht nicht haben wollte. Also das hier ist vielleicht sowas wie, ich möchte einen Laptop auf einem Tisch haben. Und ich kriege dann hier ein buntes Sammelsurium an Laptops, an Tablets, an, ja, vielleicht Tablets umgedreht. Mal so eine abgehackte Tastatur hier, beziehungsweise so ein Mauspad auf, ja, genau, dieses ganze Zeugs. Und ich möchte einen Becher haben oder eine Tasse. Und es ist alles voll damit. Und jetzt kann ich gezielt rangehen und sagen, nee, also der, 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 dieser, diese Tasse da, die soll mal weg. So, schwupp, weg. Und das hier, das ist auch irgendwie Mist, ne? Das kommt jetzt auch mal weg. So, so geht Tisch aufräumen echt einfach. So, 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 so. So, und so. Und schon ist der Tisch fast wieder frei. Ja, also das sind diese Werkzeuge, um Dinge zu entfernen. Okay, hier unten wird es so ein bisschen hässlich, aber, ähm, ja, also gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Dann gibt es natürlich auch noch andere. Hier gibt es, äh, da das Inpainting. So, Inpainting kann an Stellen, die ich gleich markiere, Dinge wieder neu generieren. Und dann kann ich hier oben was eingeben. Achso, der merkt sich sogar den letzten Teil, den ich gemacht habe. So, wenn ich jetzt möchte, ich, was möchte ich denn da mal hin? Vielleicht, ähm, oder? Ist das so? Und mit D? Kann ich da keine Leerzeichen machen? Hallo? Hm. Also, irgendwie über meinen, ähm, weitergeteilten Tunnel da, also da fällt sich einiges etwas komisch. Wenn ich das direkt auf dem selben Gerät mache, was ich aber hier nicht zum Aufnehmen, äh, verwende, sondern, äh, ja, für andere Dinge, da funktioniert das deutlich besser. Also, da habe ich nicht diese Probleme mit gehabt. Oder vielmehr unter Firefox lief es nicht richtig, aber hier läuft es jetzt unter dem Firefox, äh, also, ich weiß nicht, woran es liegt. Okay, also, äh, das ist schon mal irgendwie falsch. Ach, mal gucken, oder? Ja, wenn ich da nochmal so mache. So, Salad, äh, Salad. Nee, sieht auch falsch aus. Ähm, ich möchte jetzt nochmal einen Ping, P-P-Penguin, P-Penguin, also einen Pinguin haben. Mal schauen, ob das vielleicht denn ein bisschen besser geht. Ja, es ist da ort ein bisschen, ne? Ne, und man kann hier verschiedene, ähm, ja, Parameter, die man auch von den Stability-Fusion-Netzwerken ja kennt. Also sowas wie, wie viele Schritte sollen benutzt werden für die Berechnung. Okay, sieht eher so ein bisschen aus wie so eine Robbe, aber man kann schon erkennen, dass es ein Pinguin ist, ne? Also, äh, bei Steps, wie viele Iterationen sollen verwendet werden, um ein Bild zu generieren. Dann, äh, Scale, das, äh, gibt, glaube ich, vor, wie weit sich das Netz an den Prompt hier, also an sowas hier halten muss. Oder ob es so ein bisschen frei interpretieren darf, dann das hier, gute, ah, okay. Achso, wie, wie stark es sich von dem Ursprungsbild unterscheiden darf. Also wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier sage, ähm, so wenig, kann ich ja nochmal probieren. Dann dürfte es gar nicht so wirklich viel machen. Genau, also, das unterscheidet sich so gut wie gehahnigt von dem Ursprungsbild. Dann haben wir wieder diese Dingsbumse da. Dann haben wir hier den Zempler, der beeinflusst auch noch irgendwie die Berechnung, ähm, ja. Habe ich das mal im Video erklärt? Ich glaube, in einem Video habe ich das mal erklärt. Ich weiß es nicht mehr. Guckt dieses Video, wo ich verschiedene KI-Tools mal vorgestellt habe. Das war für die Tux-Tage, glaube ich. Und dann haben wir hier Seed. Das ist so ein Zufallswert, der nochmal mit dazu geschmissen wird. Also zu dem Prompt hier und den anderen Parametern. Und jedes Mal, wenn ich so einen anderen Seed habe, bekomme ich ein anderes Bild. So habe ich auch diese Bilderserien gemacht, die ich hier so verwende. Und auch wenn alle anderen Parameter genau gleich sind, also gleiche Auflösung, gleicher Prompt, gleicher Negativ-Prompt und dieses ganze Zeugs dazu, also selber Sampler und Anzahl der Iterationen und dieses ganze Zeugs, wird jedes Mal ein anderes Bild generiert. So kann ich tausende von Bildern machen und mir nachher was aussuchen. Und wenn ich jetzt hier nochmal direkt einen Bereich markiere, so, 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 so und so. So, und nochmal was da reinschmeißen lasse, nochmal einen Pinguin da draufsetze. Man hört, glaube ich, auch den Lüfter, so. Huch. Ja, die Sonne kommt raus und dann gibt es lustige Farben. So, dann haben wir nochmal einen Pinguin hier. Ich bin ein Radierer. Toll, nicht? Ja, wir haben mal wieder Sonne. Toll, nicht? Ja, genau, also da kann man Dinge rein generieren lassen und das sieht dann mehr oder weniger realistisch aus. Und irgendwie ist an der Stelle jetzt der Tisch transparent geworden. Durchaus interessant. Probiert da mal mit rum. Ich glaube, das ist super, um damit Dinge auszuprobieren. So, ich lasse das jetzt so. Also ich habe nochmal versucht, ob ich das jetzt so auf Anhieb wegkriege. Aber es ist die Sonne, die direkt da so einen weißen Streifen drauf macht. Ich erkläre es zu einem Stilelement für diese Folge. Was haben wir denn noch? Gucken wir mal. Wir haben da jetzt AnyText, Instruction, Pix2Pix, Paint by Example, AnyText. Mal gucken. Ich kenne es nicht. Ich lasse mich selbst mal überraschen. Das ist auch so ein bisschen der Hintergrund von dieser Folge. Ich hätte mir das sowieso irgendwann mal angeguckt. Und ja, insofern haben wir alle was davon. Da müsst ihr es nicht selbst nachmachen, sondern könnt gucken, was ich da so für Dinge tue. Dauert schon mal relativ lange. Normalerweise ist es so, dass auf dem Gerät so Modelle relativ schnell geladen werden. Und ich habe in der Konsole jetzt mal nachgeguckt. Es lädt jetzt noch zusätzliche Modelle runter. Also das braucht nochmal mehr Platz. Und es sind nochmal 1,7 GB. Und dann kommt noch so ein bisschen Kleinkram dazu. Warten wir mal eben. Jetzt ist es auch da. Also ja, also diese 21 GB, die ich am Anfang erwähnt habe. Es kann doch ein bisschen mehr werden. Also von daher braucht ein bisschen Platz dafür. Ich nehme mal hier die Iteration ein bisschen runter. Und was kann man da jetzt machen? Jetzt da nochmal sage ich hier, mach mir ein Pinguin. Und es gibt ja auch diese negativen Prompts. Also wo drin steht, was nicht generiert werden soll. Sowas wie Out of Frame, also außerhalb vom Bildbereich. Sowas wie abgeschnittene Köpfe oder sowas. Low Res, also niedrige Auflösung. Error, Fehler, Cropped, abgeschnitten. Schlechteste Qualität, niedrige Qualität. JPEG-Artefakte. Sowas wie zusätzliche Körperteile. Also die Anzahl der Finger ist bei Stable Diffusion normalerweise über 5. Ja und durch solche Prompts versucht man das so ein bisschen einzudämmen. Naja gut, also mit verschiedenen Seeds mal durchprobieren. Man kann auch einen eingeben, falls man jetzt eine Glückszahl hat. Aber üblicherweise lässt man per Zufall eine neu generieren. Und dann ergibt sich was. Also man kann da wiederum Dinge eintragen. Also mit dem Tunnel scheint irgendwas nicht richtig zu funktionieren. Denn bei dem, wenn ich es lokal, wirklich lokal ausprobiere, kann ich auch Leerzeichen eingeben und verschiedene Begriffe anhängen. Aber hier einfach mal, Komma geht ja, Penguin, Cute, Fisch, Gucken. Möchte hier, ach eigentlich, das war nix, ne? So, hm, 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 ein Pinguin bitte. Dann möchte ich hier, äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vielleicht. So, und Paint. Ja, jetzt haben wir einen Fisch-Pinguin mit einer goldenen Karte, sage ich mal. Also es ist Kunst. Man kann vielleicht auch noch irgendwie andere Netze zum Generieren von Bildern da reinbringen. Vielleicht über Plugins. Also das ist ja bloß ein kleiner Ausschnitt von dem IO-Paint, was ich hier zeige. Denn jedes von diesen künstlichen neuronalen Netzen ist ja mit einem Satz von Bildern trainiert worden, die vielleicht einen ganz speziellen Zweck haben. Also vielleicht sowas wie Landschaftsaufnahmen oder Porträtaufnahmen oder vielleicht Comics oder Pixelart oder sonst irgendwas. Und, äh, wenn jetzt hier ein Netz geladen ist, was jetzt nicht so gut Pinguine kann, dann kommen halt solche Walfisch-Dings-Bumse raus. Ja, das war's dann auch für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt wiederum was dazugelernt. Vielleicht was Tolles, Neues entdeckt, was ihr auch mal unbedingt ausprobieren möchtet. Und vielleicht, ähm, auch wirklich schon mal nach sowas gesucht habt. Und jetzt ist es da. Und ihr könnt es runterladen, installieren, lokal betreiben, ohne dass Daten irgendwo hinfließen, zu irgendeinem, äh, Dienst, dem ihr vielleicht nicht so unbedingt eure Daten anvertrauen möchtet. Und, äh, ihr zahlt auch dafür keine Abogebühren oder sowas. Also, probiert's gerne aus. Oder, äh, lasst es nach. Ansonsten, ähm, abonnieren, Glocke drücken und, äh, ja, bis zum nächsten Mal. Und, tschüss. Musik 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 Musik